Hallo und willkommen wieder zurück im 3E-Zentrum. Wir haben immer wieder die Frage, was kostet unser 3E-Programm und übernehmen die Kassenteile zumindest davon. Und die Antwort ist leider immer noch nach 13 Jahren nein. Also auch private Krankenkassen übernehmen hier nichts. Wir haben also noch nichts gefunden. Auch im Ausland, Österreich, Schweiz, haben wir bisher noch keine Krankenkasse, die Teile oder das ganze 3E-Programm übernommen haben. Das bedeutet leider, dass es immer noch ein Selbstzahlerprogramm ist. Ich möchte Ihnen aber auch ein bisschen unsere Frustration mitteilen, denn wenn wir die Zahlen anschauen, ich nenne Ihnen mal so eine Zahl hier, die Krankenkassen pro Jahr zwischen 50.000 und 80.000 Euro pro Krebspatient im Jahr ausgeben. Das bezahlt natürlich die Gemeinschaft. Trotzdem sind es enorme, enorme Preise, die da bezahlt werden. Und die Herstellungskosten, nur damit Sie auch das Verhältnis kennenlernen, von so einem Krebsmedikament liegt übrigens zwischen 100 und 400 Euro. Das muss man also sich zergehen lassen. Die Krankenkasse bezahlt 80.000 Euro und im besten Fall hat es 400 Euro Herstellungskosten gehabt. Was kosten alternative Therapien? Hier sind die Preise sehr unterschiedlich, aber ich möchte eine Indikation geben. Wenn Sie zum Beispiel Gerson-Therapie zwei Wochen machen, sind Sie etwa bei 10.000 Euro, also zwei Wochen. Wenn Sie eine, ich glaube, insulinpotenzierte Therapie machen, sind Sie bei einer Woche bei 10.000 Euro. Im 3E-Programm liegen wir derzeit bei knapp 12.000 Euro für vier Wochen. Jetzt gibt es auch andere alternative Therapien. Es gibt eine Kurkumin-Therapie, die liegt bei 44.000 Euro für drei Wochen. Also ich glaube, wir haben hier im 3E-Zentrum ein vernünftiges Verhältnis zwischen Leistung und Preis, denn alles, was wir machen, ist nachweislich. Also wird sehr viel Leistung erbracht. Wir sind mehr als 20 Mitarbeiter hier und im Durchschnitt haben wir zehn bis zwölf Gäste hier, die jetzt ein riesen, riesen Haus haben für sich die ganze Zeit und wirklich sehr viele Menschen für sie da sind. Also nur damit sie mal so ein Bewusstsein, damit ihr mal so ein Bewusstsein bekommt, Preis, Leistung im 3E-Zentrum. Vielen Dank, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video.